Was ist das wichtigste Utensil im Dschungel? Eine Donkey Kong Cap Richtig Wir machen weiter in New Super Mario's U Welt 5 Limonaden Dschungel Aber... Aber ich glaube das Level ist gar nicht so wild, oder? Und da ist der langsamste von allen, der Günther Immer kommst du zu spät Günther Was soll denn das, ja? Das gibt uns wieder eine Ermahnung Und beim nächsten Mal gibt es Nachsitzen, das reicht mir jetzt Wir wollen ja ein bisschen was zeigen in diesem Display Deswegen laufe ich da jetzt mit Absicht rein Scheiße, Mann! Langsam aber sicher Könntet ihr mal abonnieren Ahja Tanuckel, den Tanuckel Im Pilzkönigreich gibt es keine Schnuller Da gibt es Tanuckel Die Kinder, die Nuckeln alle an Tanuckel schwänzen Denkt am besten zweideutig Ach, egal He Domi, willst du ein Eis? Jaaaa DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU TUDUDUDUDUDUDUDUDUDU DUDUDUDUDUDUDU OI Aber es läuft gut heute. Fast schon zu groß. Was ist dein Ohr? Wird sich das nun ändern? Da nehmen wir lieber unseren Super Saiyajin Top. Den wahren Helden. Ja, vorsichtig, ne? Nie zu schnell sein, Freunde. Weil die Level... Ja. Also die Wellen sind schon ziemlich hoch. Wir wollen uns nicht unseren Hintern verbraten lassen. Also ein bisschen ist meine Borstunterhose jetzt schon... Abgefackelt. Habe ich... Warte, habe ich Boss? Nee, es ist Jack and Jones. Warum habe ich gerade nachgeschaut? Das ist nur falsch mit mir. Aber heute flutscht alles einfach so richtig gut. Bruder, muss los! Suß! Ich darf das niemals sagen. Immer wenn ich irgendwas Positives sage, eskaliert die Sache komplett. Ähm... Jetzt raucht man aber ein biiisschen zu viel... Cannabis. Ja! Nein, was mache ich denn? Nicht du mal Idiot! Wir kriegen einen Timeout, Bruder. Wir kriegen einen Timeout! Loool... Was? Boah, maaaannn! Salt is down! Obwohl wir das Level so gut gemacht haben, ne? Aber ich habe halt richtig hart geschissen, ne? Mann, bin ich blöd, ey. Und jetzt geht es auf die Fresse, ey. Ohne Scheiß. Ich... Ja, lach nur, ey! Halt's Maul! Ich hoffe, mein Fuß so hart geschmeckt. Ich bin vorher extra auf meine Wunderscheiße getreten. Nur für dich. Kleiner Knecht. So, aber jetzt gehen wir nach Hause. Blöder, kleiner... So, Leute. Jackson Tendo hat geregelt. Ansage ist raus. Ach, Mensch, was war das heute wieder? Natürlich, haben wir alle Starcoins. Sicher, sicher haben wir alle Starcoins. Selbstverständlich. Und wenn ich mich von diesem Erlebnis erholt habe, geht es das nächste Mal weiter. In Welt 6. Nicht verpassen und Like da lassen. Mit der Pumpgun auf zur Bank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Nerven tut das Brüderlein, Schwiegermutter will nicht heim. Einmal drücken, ganze Zehen. Kugeln kann man fliegen sehen.